Hi, ich bin Nele. Ich arbeite seit 2015 als Ärztin in der Kindermedizin und fest steht, ich liebe meinen Beruf. Ich habe in den letzten Jahren immer wieder festgestellt, sowohl im Berufs- als auch im Privatleben, dass Eltern sich oft ganz klar die eine oder andere Frage stellen, wenn es um die Gesundheit ihrer Kinder geht und sich dabei wünschen würden, manches besser zu verstehen bzw. selbstständiger lösen zu können. Deshalb hier mein Kanal. Hier möchte ich euch Expertenwissen, Sicherheit und Vertrauen in euer Bauchgefühl vermitteln. Mein Wunsch ist es außerdem, die Distanz, die immer noch oft zwischen Eltern und Ärzten besteht, etwas zu verkleinern. Deshalb direkt ein paar persönlichere Dinge über mich. Ich liebe es, Quatsch oder Spaß, auch Spökes auf Rheinisch genannt, zu machen. Ich bin nämlich in Düsseldorf geboren. Ich bin leidenschaftliche Frühaufsteherin, was oft Menschen in meiner Umgebung in den Wahnsinn treibt. Und ich liebe es zu backen. Deshalb ist für mich ganz klar, dass meine erste eigene Kinderarztpraxis definitiv auch eine Bäckerei haben muss. Ja, ich freue mich auf jeden Fall schon sehr, hier mit euch in Austausch zu gehen, denn schließlich heißt es, frag Dr. Nele.